Hallo Freunde der Blöcke und willkommen zurück zur Mod-Lay-Play mit Sani und mir, die mich in der Freak-Aufnahme da unten deponiert hat. Musst du aufs Screen hochschwimmen, weil sonst wäre das nicht so ganz geklappt. Sani, du sagst jetzt auch was. Hallo. Ich moderiere ja künstlerisch hochwertig an und du hallo. Hatten wir irgendwas vorgehabt? Hm. Was denn? Keine Ahnung. Du hast erstmal... Oh, ich muss essen irgendwas, weil ich hab noch drei Herzen und noch eine Keule. Sani, und es wird Nacht. Sani, es wird Nacht, ich muss essen. Ich esse jetzt Kartoffeln. Nachtpflanzen. Halt, Sani, nur die Reifen. Die anderen lohnen sich doch gar nicht. Oh, die sind doch gar nicht reif. Nein. Die sind auch noch nicht reif. Doch. Ähm, form die ab. Oh ja, die füllen ja... Jede rohe Kartoffel füllt nur ein halbes auf. Ja. Äh. Klasse. Äh, irgendwo müssen wir uns verschanzen. Ja, wie wäre es, wenn wir uns jetzt auf den Weg zum Schloss machen? Wir haben dort oben kein Bett. Nein? Ne? Haben wir denn noch ein Bett? Äh, egal. Sani, hier sind übrigens zwei Pferde. Hat es ja vorhin gesagt, wäre ja schön, wenn wir Pferde hätten. Wir sind zwei. Es leckt bei mir. Sani, komm ins Wasser zum Schloss. Ja, warte, es leckt. Wow. So, alles. Übrigens, äh, die Zuschauer, ihr scheint schon vergessen zu haben, dass wer das erste Mal fünfmal richtig rät hintereinander, dass der mal in die Aufnahme kommt, da ihr bei der folgenden Aufnahme gar nicht geschrieben habt, äh, hat jetzt, ist jetzt alles wieder zurückgesetzt worden. Und das heißt, keiner, das heißt, es geht wieder von vorne los, die Zählung, weil keiner richtig hatte bis jetzt. Weil einmal ausgesetzt wurde. Das müsst ihr schon am Stück machen. Äh, ja, mach. Ja, ich schwimme gerade hoch zum Schloss. Und hier sind zwei Schafe in der Nähe. Äh, Quatsch, Pferde. Also die Schafe, die, die wirren. Ja, und du hast das Spiel verlassen und du kommst gefälligst bald wieder. Ja, es hat gerade so bedeckt, alles blieb stehen. Nein, du standst da hinten noch, ähm, Pfeiler. Hier sind Wolle, hier ist Holz. Und, äh, ich hab zwei Betten in dem Wetter. Dann, komm schnell, ich hab mal noch ein Ersatzbett gerade gemacht. Wieso kann ich hier drauf kein Bett machen? Au, au, ey, der ist hier hochgeschwommen. Was fällt dir dem Viech ein? Ah, Skelette, Skelette, super Feind. Ich hab drei Leben. Ja, mach. Ja, mach. Rette mich, rette mich, rette mich, rette mich. Ich kann ihn hier retten. Na doch, ich hab einen Pfeil und einen Schuss. Nicht auf mich. Nein. Nicht getroffen. Ja, mach. Ja, mach. Ja, Sunny, komm schnell hoch. Was ein Zombie, der will was von dir. Das ist was ähnliches wie Leben, will der. Warte. Dann noch hin. Ein Haufen Gold, den schmutz ich mal ein. Creeper, Creeper, Creeper. Hey, das geht ja sogar. Sunny, guck mal, man kann Gold hier reinlegen und dann schmilzt das. Hallo, du weißt, Creeper sind dort unten. Ja, weiß ich. Und jetzt stell das Bett hier irgendwo hin. Komm, Mitch. Komm. Hier drüben sind Monster, Sunny. Jetzt stell die Betten irgendwo hin. Ich will nur die Nacht überleben. Mit mir alles andere ist mir völlig egal. Du kannst jetzt nicht schlafen, wenn es ein Monster ist. Was darfst du, warum ich schlafen will, du schlau? Ich kann da in die Runde springen, dann bin ich tot. Ich auch nicht. Ich hab nur nur 3D. Ah, Sunny, guck mal. Ja, äh, das Gold ist jetzt geschmolzen. Ich hab keine Ahnung, was ich jetzt noch damit machen will. Auf jeden Fall haben wir jetzt hier zwei Kessel mit geschmolzenem Gold. Das kann man nicht rausnehmen. Doch, ich glaub mit einem Eimer, aber ich hab grad keinen Eimer. Äh, warte, 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 warte. Hier ist Eisen drin. Darf ich bitte rausnehmen? Ja, ja, du kriegst einen Eimer. Ach, ich hab schon einen mit einem Tag gehabt, dich Idiot. Hier, nimm. Ach, ich glaub, du musst Shift drücken und dann. Nein, links leg. Links, Shift, links. Wir probieren einfach nur irgendwas. Egal, ich bin da jetzt zu blöd. Nicht. Ja, so bekommt man's auch nicht. Sani, schlafen. Ja, wie? Na, irgendwie müssen wir die Viecher dann wegkriegen. Soll ich runterspringen? Wie viele Herzen hast du noch? Drei. Ich hab auch noch zwei. Ach, weißt du was, ich baue mich jetzt nur noch. Bis auf eine Höhe, in der ich seh. Ich hab noch ein halbes Herz, da musst du. Ah, nee, ich hab ein halbes Herz. Die Viecher sind jetzt aber weg. Jetzt setzt schnell die Betten. Schnell, bevor ihr neu ist. Die hab ich grad nicht da. Setz die Betten. Ja, komm. Machen. Ich kann grad nicht mehr rennen. Ich hab noch ein halbes Herz, Sani. Gut. Ich hab den Schild bei mir vorgespelled. Ein schöner Morgen. Bei mir steht da die ganze Zeit drin irgendwas mit Contains, Molten, Gold oder sowas. Ja. Jetzt. Hallo, tu mal hier. Weizen ab, äh. Was machen wir? Brote. Und dann kommst du noch nebenrennen generieren. Gab's zufällig im Dorf Karotten? Hm, weiß ich's nicht. Nein. Oh man, du. Ich muss sowas ähnliches wie eine Art Leben generieren. Da hast du schon ein bisschen recht, ja. Wie lange wollen wir die Aufnahme machen? Ich hab Zeit. Das beantwortet nicht meine Frage. Wir bräuchten schwarze Wolle. Dann könnten wir von Villagern Zeug stehlen. Briss vorhin, ne? Ja mal. Ja? Womit färbt man kleiner mal schwarz? Äh, Milch. Tintensecken? Ja. Die haben wir doch hier unten. Waschbobbe! Bist in die Tiefsee getaucht? Ich geh zum Villager-Dorf. Ich hab kein Leben mehr und hab nichts besseres zu tun als irgendwelche... ...Fiecher zu töten, um an schwarze Wolle zu kommen, um Villagern Zeug zu klauen. Äh, da hinten schwimmt ein Zombie. Na egal. Äh, lass uns schwimmen, der tut nichts. Ich hab mich irgendwie... Alter, tut schon was, aber du darfst dir halt nehmen jetzt in der Land. Oh man. Ich hab dir fast meinen Humpo nicht gegessen. Jetzt sind die ja auch noch gefallen und ich muss ohne Nohme, um die aufzuheben. Nein! Wieso? Oh, hoch! Oh, oh, 4! Sunny, ich werd das nicht überleben! Jama? Sunny, ich werd das nicht überleben! Jama?! Ich hab's überlebt. Jama? Jama? Ich hab doch- Sunny, ich bin doch blöd, ich hab doch Brot im Inventar! Jama? Jama? Die Tintenfische hab ich- Habt die doch Brot gegen? Achso. Oh, danke. Aber, äh... Ob ich dir die Bücher auch... Was ist das denn? Ah, das kann man vielleicht für Sushi nehmen. Jetzt auch bloß, das stimmt. Ja, der erste ist direkt. Ach, nee. Sani, ich hab Tintenfischfleisch, das kann man auch essen. Ja? Ja. Vielleicht mal die Tinten. Ja, die droppen Tintensäcke und Tintenfischfleisch. Du warst schon wieder weg. Ja, ich war weg. Oh, die haben einen schönen Rückstoß. Äh, wieso steht hier vom Nessertal? Keine Ahnung, warum das dort steht. Ja, das mitnehmen. Nee, ich wollte erst... Nee, hoch. Das war grad fehl. Ah. Ja, na, jetzt. Komm schon, so. Oh, nee, ich färbe jetzt Wolle. Oh, ich hab nicht genug schwarz zum Färben von Wolle. Töte du mal noch so ein paar von diesen Schleimviechern. Sani? Äh, wieso kann ich... ...wann glauben. Warum? Oh, war denn die Wolle? Ach, die hab ich ja im Wind. Du sollst dich nicht mal so einstellen. Ich hab' ich geschafft. Okay. Ja. Kann man hier drin auch Eisen schmelzen? Ja. Irgendwie konnte man das Ding doch rausnehmen. Das muss doch gehen. Sani rät, sagt du da auch mal, was sonst fühlt sich das so an, als würde ich hier Selbstgespräche führen. Selbst... Ach, viel Spaß... Ach, viel Spaß... doch so ein bisschen so wieviel kann man die nehmen für einen nuclear furnace wie macht man einen reaktor also obsidian diamantus cast sani ich habe das gefühl mit diesem mit diesem kristall hier können wir ganz schön oh damit kann man ganz schön wir können ganz schön zeug machen nach auf seite eins nuclear furnace das ding steam fern jammer wir brauchen brass ingots weißt du was besitzen keine ahnung sehr wahrscheinlich nicht ähm wie kraftet man die warte jetzt bin ich ein körper und ein zink kupfer zink hammer doch kupfer zink passt hast du ein slime zufällig neben mir ist gerade ein creeper explodiert und hat die truhe in die luft gejagt nein das zeug ja das zeug ist größtenteils noch da und das wertvolle hatte ich gerade in der hand nur ich glaube die truhe ist nicht mehr ganz vorhanden klasse hab ich holz für sowas naja hier soll es gut na toll äh das muss da wieder rein blub 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 Ich starte das Connection. Ja, die Zuschauer sollen ja was zu raten haben. Das geht ja jetzt von neuem los, weil einem ne Runde niemand was geraten hat. Dann darf Traffic wieder von neuem zählen. Er wird sich freuen. So, jetzt haben wir ein Steam Furnace. Da kann man ein Steam Pickaxe... Wozu braucht man eine Steam Pickaxe? Ach, damit kann man schneller Zeich abbauen oder sowas, schätze ich mal. Äh! Oder am besten gleich... Was meintest du eigentlich, was tatest du? Ähm, Eisen, jetzt brauche ich... Nehme ich glaube mal den Steam Ofen. Ja, mach. Oh, ich habe keinen Steam. Ja, was ist denn? Was meintest du, was tatest du? Na, irgendwas muss der getan haben. Du bist da und es genektet warst. Sani, wir brauchen hier oben sowas wie eine unendliche Quelle, Wasser, weil... Wir haben hier unten ne unendlich... Ich habe einen Ofen, der auf Dampf basiert. Er sagt nichts mehr, ne? Nein, nein, sagt nur nichts mehr. Allerdings, wenn Traffic ist, da guckt sich die Videos da sowieso an. Also da wird doch das bisschen Zählen, dem keinen Abschnitt tun. Aber die, ich glaube, ich habe auch mal in den Kommentaren gelesen, der Chat oder wenn's das Inventar aus ist, wird den zu klein. Also, sollst es größer machen. Ja, das habe ich auch mal gelesen, nur ich habe keinen größeren. Also ich finde das hässlich, wenn das so groß ist. Wieso geht doch? Ich habe auch alles größer. Ich finde das hässlich. Wie viele Herzen hast du? Ich habe keine Ahnung, was das Steam Furnace hier macht. Außer, dass der noch zusätzlich Wasser braucht. Herzenerfolg. Au. Ich hatte noch das, ne? Das macht sechs Schauen. Karma? Ich bin aber schneller mit Klicken. Ich will es aber irgendwie nicht ausprobieren. Das tut nämlich weh. Du sagst, du hast ein wertvolles Dach noch. Ja, oder das? Äh. Du hast zwei. Mann, du. Ah, ey, was habe ich denn bitte? Ich habe dich gefragt, haben wir noch ein Slime Ball? Und wir haben zwei, ne? Echt? Achso, ja, die habe ich ja aus irgendwelchen Mist gemacht. Ich glaube, Bremsstine war das sogar. War das das? Benutzungen. Äh. Ja, war es. Was ist das? Ich brenne gerade. Hallo. Was? Was ist das hier? Was denn das hier? Dieses Squid Meat. Das ist, äh, Tintenfischfleisch. Fischfleisch. Danke. Ja. Gestern warst du noch Vegetarier. Au. Wofür war das denn? Alles. Und wie meinst du das gerade? Naja. Du hast das nicht etwa gegessen, oder? Das war roher Fisch. Das war roher Fisch. Das wird mal krank. Ja. Außerdem sind die gerade nicht bei mir. Und in dem Ohr. Sama Sunny! Hier, das Wort für... Nein, Sunny! Oh, schreck mich nicht so. Oh mein Gott. Ich mache mit deinen Diamant-Hackel. Äh, ja, ma? Ja? Beleuchte mal das da unten, dort. Ich habe nur noch eine Fackel. Die hast du vorhin eingesammelt. Ach, ne, die habe ich ja. Ja, das Ding ja zu haben. Das hier unten. Da müsste ich auch noch springen. Und es hier unten ist. Ich darf Feldfärzer grieven. Yay! Du darfst gar nicht zu grieven. Oh, diese Lichtquelle muss reichen. Alter Schwede. Oh, Diamant-Hack. Ach ne, den kann man ja gar nicht mit Steinen abbauen. Kann man einen Diamant-Block mit der Steinhacke abbauen? Oh, jetzt weiß ich nicht, warum... Nein! Wer hat den Ding gleich... Oh, Sunny, warum beantwortet... Great timeout. Sunny, warum beantwortest du meine Frage nicht? Welche Frage? Warte mal, was hast du überhaupt gerade getan? Jetzt habe ich, der Server ist gecrashed. Was? Wieso? Hallo? Äh, ich glaube, der Server ist gecrashed. Was hast du gemacht? Der Ofen war fertig. Klasse! Ich würde sagen, an der Stelle fällt mir die Aufnahme. Weil, ich weiß nicht, ob man das sehen kann. Ich denke es nicht, weil hier... Was hast du gemacht? Naja, der Ofen war fertig geworden. Ich habe keine Ahnung, warum das Ding dann kaputt ging. Encountered in Unexpected Exception, eine unerwartete Ausnahme. War es irgendwas falsch gemacht, ja? Nee, 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 das ist ein Bug in der Mod. Ich würde sagen, an der Stelle beendet ihr die Aufnahme. Tschüss! Ich lasse mir eine Lösung einfallen. Sunny sagt Tschüss! Tschüss! Bye! Ich meine Sicht! 秋 goes! Wir chosen euch mal, Berlin, Deutsch waruç! Dann werden die Aufnahme des Malen. Und dann kommt los hier, über das Ding, zum Beispiel, bei dir in derлизngen Arnaufe, bei dir das Ding ist um, derور которое, der infants der Süheb personnage. Und dann kommen skews к ruining quién. Wasn't Этот scrolling?